E. A. Poe Productions E. A. Poe Productions liest Egidius – Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel I – Eine unerwartete Besucherin Ein grimmig kalter Januar neigte sich dem Ende zu. Das Quecksilber hatte selbst am Fuß der Schwäbischen Alb wochenlang durchgehend zweistellige Minustemperaturen angezeigt, und auf den Hochlagen waren gar Spitzenwerte um –42 Grad zu verzeichnen gewesen. Zweimal war ich in diesem Monat aus dem Haus gegangen, meine Vorräte zu ergänzen, und hatte mich ansonsten nicht aus meiner Wohnung bewegt. Es war schlicht zu kalt dafür. Der erste Februar dämmerte herauf, und noch immer froh es draußen Stein und Bein. Es war ein Samstag. Ich war gerade dabei, einige Tonaufnahmen für meinen YouTube-Kanal zu machen, als es um die Mittagszeit herum an meiner Wohnungsthüre läutete. Ich bethätigte den elektrischen Türöffner und öffnete dann ein klein wenig die Wohnungsthüre, um zu schauen, dass ich nun die sechs Treppen zu mir in den dritten Stock hinauf bemühen würde. Bei dieser Kälte war es auch im Treppenhaus unerträglich, und Eiskristalle hatten sich an den Wänden gebildet. Schließlich kam jemand keuchend, und Atemwolken, die im kalten Sonnenlicht funkelten, ausstoßend, die letzten Stufen herauf und blieb vor mir stehen. Zunächst sah ich nur ein paar heller, grüner Augen, ein ganz klein wenig heller Haut und einige Sommersprossen. Der Rest wirkte wie eine Zwiebel aus Jacken, Pullover und Schals. »Edgar Alan Pough?« vernahm ich eine helle, wenn auch durch die Schals etwas dumpf klingende Stimme. Ich wußte nicht so recht, was ich darauf antworten sollte, denn natürlich trug ich im realen Leben einen anderen Namen, dachte mir aber dann, daß, wer auch immer hinter dieser Vermummung stecken mochte, schon wisse, warum er mich solcher Art ansprach und antwortete, »Ja?« »Ah, gut«, sagte die Gestalt, »dürfte ich vielleicht ein paar Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen? Und vielleicht drinnen?« Mit diesen Worten zeigte sie an mir vorbei ins Innere meiner Wohnung. »Selbst im Hausgang ist es saukalt.« Ich zog die Türe auf, so daß sie eintreten konnte, schloß sie sogleich wieder und ging an ihr vorbei in Richtung Wohnzimmer. Der kleine Vorraum meiner Wohnung bot nicht sehr viel Platz, und es schien angeraten, das, was immer nun folgen mochte, von dort aus zu beobachten. »Oha! Sie haben's hier drin ja angenehm warm,« hörte ich die Stimme sagen. Ich hatte einen Pullover übergezogen, und die Temperatur lag bei schmalen 17 Grad, trotz glühender Heizkörper. »Dann werde ich wohl erst mal ablegen,« sprach die Stimme weiter, und das Etwas vor mir begann sich langsam wie aus einer Zwiebel herauszuschälen. Zwei unterschiedlich große Daunenjacken, zwei Pullover, zwei Paar Handschuhe und eine Reihe Schals landeten, in Ermangelung anderer Ablagemöglichkeiten, auf dem Boden an der Wohnungsthüre, und vor mir stand nun eine zierliche Frau, einen guten Kopf kleiner als ich selbst, vielleicht Mitte, höchstens Ende dreißig, mit hellem, blonden Haar, das sie zu zweiseitlichen Zöpfen geflochten hatte, und sah mich mit beeindruckenden, hellgrün leuchtenden Augen an, die von einigen Sommersprossen umspielt wurden. »Also Sie sind der Edgar Allan Poe, der Autor und Vorleser von YouTube?« fragte sie. »Ähm, ja,« antwortete ich, etwas verunsichert dreinblickend. »Und Sie haben vor ein paar Wochen Ihren ersten Roman veröffentlicht?« »Ja.« »Die gläserne Burg?« »Ja,« antwortete ich, »warum fragen Sie?« »Nun«, erwiderte sie, und drehte sich um, in dem Haufen, den sie abgelegt hatte, herumzuwühlen, und zog schließlich eine braune Ledertasche hervor und fuhr dann fort, »weil ich Ihnen hier etwas mitgebracht habe, das Sie zweifellos interessieren wird.« Mit diesen Worten griff sie in ihre Tasche und zog eine alte Handfeuerwaffe heraus. Erschrocken trat ich einen Schritt zurück. »Keine Sorge!« lachte sie. »Mit der hat noch nie jemand geschossen, und das wird wohl auch keiner. Kommt Ihnen diese Waffe zufällig irgendwie bekannt vor?« Sie reichte sie mir, und ich nahm sie in die Hand, um sie genauer zu betrachten. Sie war an zahlreichen Stellen verrostet, und von irgendwelchen Einprägungen an dem schweren Körper dieser offenkundig schon recht alten Handfeuerwaffe war nichts zu entdecken. Die braunen Holzgriffe waren rissig und auf einer Seite gesprungen, aber doch schienen sie noch nie oder sehr selten benutzt worden zu sein. Sie wirkte einfach alt, aber unbenutzt. Ich reichte sie der jungen Dame wieder hin. »Hören Sie, Fräulein!« »Frau!«, unterbrach sie mich. »Frau?«, fragte ich zurück. »Sommerfeld! Sonja Sommerfeld, mein Name!«, gab sie zurück, und streckte mir eine zierliche Hand mit schwarz lackierten Fingernägeln entgegen. »Also, Frau Sommerfeld!« »Sonja!«, unterbrach sie mich erneut. »Nennen Sie mich Sonja, ich kenne alle Ihre Arbeiten!« Hier schaute sie kurz nachdenklich zur Decke. »Oder zumindest die meisten!«, fuhr sie dann fort, »und im Web ist ja eh ein etwas legererer Ton üblich!« »Nur, daß wir hier nicht im Web sind. Doch sei's drum, Fräulein Sonja!« Sie wollte erneut anfangen zu sprechen, doch ich fixierte sie mit einem durchdringenden Blick und sagte, »Ich habe außer einer Luftpistole noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, und ich denke, ich weiß mehr über die Saturn-5-Rakete als über so ein Ding. Warum glauben Sie, eine verrostete Schußwaffe könnte mich interessieren?« »Tja, ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll«, antwortete sie, etwas nachdenklich klingend, »dies hier ist ein Colt, eine amerikanische Handfeuerwaffe. Ich habe ein Bild davon einem Freund zugeschickt, und der war sich ziemlich sicher, daß sie aus den Jahren 1812 bis 1817 stammen müsse, sicher aber nicht nach 1820.« »Sehr interessant«, erwiderte ich, ohne mir besondere Mühe zu geben, interessiert zu klingen. Waffen sagten mir nun einmal nichts. »Ich könnte mir vorstellen«, fuhr sie nun fort, »dass Sie vielleicht interessant finden, wo ich diese Waffe fand.« »Ich will mir Mühe geben, Fräulein Sonja, an Beigefragt, darf ich Ihnen vielleicht einen Cappuccino anbieten, und wollen Sie nicht Platz nehmen?« »O ja, ein Cappuccino, das klingt jetzt wirklich nett«, antwortete sie und ließ sich in einem meiner Sitzsäcke nieder, in den sie sich sogleich wohlig hineinkuschelte. Ich ging an ihr vorbei in meine kleine Küche, befüllte den Wasserkocher mit Wasser für zwei Tassen und schaltete ihn ein. Dann zog ich zwei Tassen aus dem Hängeschrank, stellte sie auf die Durchreiche zum Wohnzimmer, kramte nach der Dose mit dem Cappuccino und fingerte zwei Kaffeelöffel aus der Schublade. Als das Wasser zu brodeln begann, waren die Tassen mit dem Pulver befüllt, und unter Rühren schüttete ich nun das dampfende Naß hinein. Ein angenehmes, mildes Aroma stieg mir in die Nase. Ich trug die Tassen ins Wohnzimmer, stellte eine davon vor meiner Besucherin auf einen kleinen Hocker, der vor dem Sitzsack stand, ab, denn einen Tisch besaß ich keinen, und nahm selbst, die Tasse nach Wärme lächzend mit beiden Händen umschließend, Platz in meinem Ohrensessel. Sie tat einige schlürfende Züge an ihrer Tasse und seufzte entspannt. Also, ich studiere Archäologie, als Freizeitbeschäftigung, ist eine lange Geschichte, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir im vergangenen Sommer einige Grabungen vorgenommen, irgendeine Studienreihe zu der klösterlichen Geschichte Süddeutschlands, ich weiß auch nicht mehr so genau, und bei dieser Gelegenheit waren wir unten im Kloster St. Lutzen. Kennen Sie St. Lutzen? »Dem Namen nach«, antwortete ich, »aber eigentlich kenne ich nur die Anlage von außen, ich war nur ein oder zwei Mal in der Kapelle.« Verwundet sah ich sie an. Auf was sollte dieses Gespräch hinauslaufen? »Haben Sie schon einmal etwas von einem unterirdischen Gang gehört? Ich meine, eine unterirdische Verbindung zwischen dem Männer- und dem Frauenkloster?« Vor vielen Jahren hatte ich tatsächlich einmal eine Schauergeschichte gehört, die die Runde gemacht hatte, und darin war gar von Babygerippen die Rede gewesen, die sich in einem verborgenen Gang befunden hätten, der zwischen den beiden Teilen der alten Klosteranlage entdeckt worden war. Doch hatte ich keine Ahnung, ob diese Geschichten wahr waren. So antwortete ich, »ich hab mal was von einem geheimen Gang gehört, Fräulein Sonja, aber das ist lange her, und ich weiß auch nicht, was daran vielleicht auch Legende war. Aber bitte, was hat das alles mit mir zu tun?« Sie sah mir mit einem Blick in die Augen, der mich innerlich erbeben ließ. »Ich fand noch etwas.« Nun griff sie erneut nach ihrer Tasche und zog aus dieser eine kleinere Tasche heraus. Sie war ebenfalls aus braunem Leder gemacht und hatte an der Oberseite zwei Scharniere und einen Hebel, mit dem sie sich verschließen ließ. Sie sah aus wie eine Arzttasche aus früheren Tagen, im Miniaturformat. Mir stieg der Geruch von leicht vermodertem Leder in die Nase. Sie öffnete den Schließhebel und drückte den Deckel mit Daumen und Zeigefinger auf. Ich sah hinein und erkannte eine Anzahl kleiner Glasfläschchen, die ein Stück Schnur mit einem Zettelchen um den Hals trugen, auf denen irgend etwas in alter, verblassender Sütterlinschrift geschrieben stand. Es waren zwei Reihen, zu jeweils zwölf Fläschchen. »Was soll das werden?« fragte ich nun. »Ist das ein Scherz?« »Versteckte Kamera?« »Sie kennen den Inhalt dieser Tasche?« »Hören Sie, gute Frau, ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll, aber ich bin Autor und Vorleser. Ich denke mir Geschichten aus, schreibe diese auf und erzähle sie meinem Publikum. Die gläserne Burg ist so eine Geschichte von mir. Ich war nie in irgendeiner Vergangenheit außer meiner eigenen, und ich bin schon froh, wenn ich mir was zu essen machen kann. Von Alchemie verstehe ich ebenso wenig wie von Frühgemüse zur Walpurgisnacht. Was wollen Sie mir da erzählen? Sie hätten bei Ausgrabungsarbeiten im letzten Sommer die geheimnisvollen Tränke meiner Romanfigur ausgebuddelt?« »Ja«, antwortete sie versonnen, »und das ist in etwa so das, was ich zu sagen beabsichtigt hatte.« Sie blickte einen Augenblick nachdenklich vor sich hin und fuhr dann eher beiläufig fort. »Und nebenbei bemerkt? Frühgemüse? Am Vorabend der Walpurgisnacht? Nach einem strengen Winter? Sie kennen sich wirklich nicht besonders aus in Sachen eigener Anbau.« »So hören Sie mal, Fräulein Sonja. Das ist, wie ich schon sagte, ich schreibe Geschichten, aber ich glaube nicht an deren Inhalt. Ich schreibe ihn nur nieder. That's it. Und nein, vom Gemüseanbau verstehe ich nicht wirklich viel.« Nichts anderes würde ich bei Ihnen auch erwartet haben, und als ich über Ihren Roman auf Ihrem »Wir hat er das hier«, hierbei zeigte sie auf die braune Tasche, auf der der Colt und die kleine Ledertasche mit dem Glasfläschchen drin lag, »schon beinahe wieder vergessen.« Nun beugte sie sich vor und kramte erneut in der braunen Tasche und zog schließlich eine Tageszeitung heraus. »Dann stolperte ich just zum gestrigen Tage über diese Meldung in der Zeitung.« Sie reichte mir das Blatt herüber. »Schauen Sie mal in den Polizeibericht.« Ich nahm die Zeitung entgegen und las. Hechingen Wie die Polizeidirektion Hechingen am Abend verlauten ließ, wurde am gestrigen Vormittag ein vagabundierender Mann mittleren Alters auf der Straße zwischen Boll und Hechingen aufgegriffen, der einigen Bürgern wegen seiner seltsamen Sprechweise und eigenartigen Kleidung aufgefallen war. Da er sich nicht ausweisen und keinen Wohnort nennen konnte, wurde er zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache verbracht. Seine Identität ist bisher ungeklärt, und er selbst nennt sich nur Ägidius, und er behauptet, er sei Mönch des Klosters St. Luzen. »Sachte ihn die Hinweise bitte an die Polizeidirektion Hechingen usw.« »Und? Was sagen Sie nun?« fragte das Fräulein und sah mich durchdringend mit ihren grünen Augen an. »Und? 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 »Und?